Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr draußen wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute sind wir drei Themen gepackt. Zum einen, Serge Gnabry könnte Werder nochmal mitverdienen. Das wäre auf jeden Fall ein absoluter Millionensegen. Wenn das alles hier noch so stimmt, wie es damals war, sprechen wir drüber. Dann, Kielke Top, erster Eindruck nach dem ersten Testspiel und Martey und Werder verlängern vorzeitig. Auch da wieder frisches Geld für Werder, frisches, gutes Geld für Werder, was da so in Aussicht ist, wie lange der Vertrag gilt und so weiter und so fort. Und über all das sprechen wir hier in diesem Video, in dem neuen Werder-Update sozusagen. Ihr könnt gerne, wenn ihr denn mögt, direkt zu Beginn einmal ein Däumchen da oben da lassen. Damit unterstützt ihr den Kanal. Manche wollen ja immer warten bis zum Ende des Videos. Das könnt ihr auch, aber schon mal, das ist so bei YouTube einfach wichtig, direkt am Anfang zu sagen, weil es eben viele vergessen. Deswegen nehmt mir das nicht böse, dass wir es immer am Anfang sagen. Es ist einfach eine riesige Unterstützung, wenn ihr da einmal kurz drauf drückt und gerne einmal ein Abo da lässt. So, hier ist es, da ist es. Zack, 26.143 Abonnenten sind wir gerade. Vielleicht schaffen wir den Weg zu den 26.200 Abonnenten oder kommen dem ein Stück näher. Ganz wichtig dabei ist immer, die Glocke auch zu aktivieren. Dann die letzten News, bevor wir anfangen. Heute Abend, 18 Uhr, Stammtisch. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Wir sprechen dann gemeinsam über das Testspiel. Das heißt, auch ihr könnt daran teilnehmen, wenn ihr was zu sagen habt. Und dann quatschen wir einfach mal darüber. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und dann fangen wir erstmal an mit dem guten Serge Gnabry. Und guckt erstmal ganz viel Liebe bitte an Tino. Einmal alle Tino, also T-I-N-O, Tino oder Proji. Unten in die Kommentare mit einem grünen Herz. Wir haben neue Designs, neue Overlays bekommen. Ist das geil oder ist das geil? Im Speckmantel-Design, sage ich hier. Speck-Flaggen-Design natürlich. Von den Werder-Trikots, von den neuen Trikots. Alles darauf angelegt. Update News. Da kommt aber noch draus. Da wird dann ein Werder-Update draus gemacht. Also ja, erstmal jetzt zu Serge Gnabry. 40 Millionen Marktwert, 29 Jahre jung. Auch krass, ne? Gnabry mittlerweile 29. Übrigens bei der Berateragentur Roof. Kennt ihr ja mittlerweile auch sehr gut. Ich habe mir ein paar Beraterfirmen echt mittlerweile so eingeprägt. Hat dann Vertrag bis 2,26. Aber die Bayern rüsten auf den Flügeln ganz schön auf. Und jetzt gibt es die ersten Gerüchte, dass Gnabry wechseln könnte. Unter anderem Newcastle ist wohl interessiert. Sehen wir auch hier. Und die seien wohl auch bereit, 45 Millionen plus zu zahlen. So laut der Gerüchteküche. Aber Gnabry will Stand jetzt noch nicht wechseln. Sollte sich das aber ändern, dann winken vor allen Dingen dem FC Bayern erstmal eine ordentliche Ablösesumme. Weil Gnabry noch einen sehr, sehr guten Namen in der Premier League hat. Und die Reise wohl sehr, sehr stark. Also es gehen sehr, sehr viele davon aus, dass wenn Gnabry geht, dass er dann in die Premier League geht. Und vor allen Dingen muss man da sagen, auch Werder könnte davon profitieren. Denn, wenn ihr euch daran hinhärt, 2022, ich habe extra mal ein paar Sachen rausgekramt gehabt. 2022 gab es schon mal Gerüchte, dass Gnabry eventuell zu Real Madrid geht, wo der Mbappé-Deal geplatzt ist. Und damals hat man eben gesagt gehabt, dass Real Madrid ungefähr 40 Millionen hätte zahlen wollen für Serge Gnabry. Diese 40 Millionen, also so hieß es dann, bei diesen 40 Millionen gab es dann eben Gerüchte, dass Werder eine 10% Weiterverkaufsbeteiligung hat. Das wären dann 4 Millionen Euro für Werder Bremen gewesen. Also so roundabout. Es hieß, 40 Millionen Ablösesumme, 4 Millionen würde Werder mit davon profitieren. Dadurch, dass wir jetzt über tatsächlich eine ähnliche Summe reden, zwischen 40 und 50 Millionen, die für Gnabry da fällig werden würden, könnte man wieder davon ausgehen, dass zwischen 4 und 5 Millionen, das ist bei uns wie ein richtiger Abgang. Also das ist wirklich extrem viel Geld für uns. Für Bayern wird das jetzt nicht so die Welt sein, 4, 5 Millionen. Für uns ist es aber wirklich wie wenn, ja, 4, 5 Millionen dafür holen wir, das sind eigentlich immer unsere Top-Transfers jeden Sommer, also wenn man das mal so überlegt. Das heißt, wenn wir diesen Sommer 4, 5 Millionen auf einmal mehr in der Kasse hätten, wäre das schon eine richtig, richtig gute Summe. Die Frage ist natürlich, wie lange läuft diese Weiterverkaufsbeteiligung? Ist sie noch gültig? Darüber gibt es natürlich aktuell keine Gerüchte oder keine Berichte. Aber eben der damalige Stand war, dass wir eben 10, es gab sogar Gerüchte bis 15 Prozent, aber 10 Prozent Weiterverkaufsbeteiligung haben bei diesem Serge Gnabry-Deal. Da war ja Werder und Bayern sowieso von Anfang an sehr, sehr involviert. Hat ja damals auch Lemke so ein bisschen durchblicken lassen, wenn ihr euch noch daran erinnert. Ja, und ich finde, das ist doch mal eine gute Nachricht. Also rein finanziell. Dann würde ich sagen, bleiben wir auch direkt finanziell, oder? Macht ja Sinn. Und sprechen über den Hauptsponsor, der verlängert hat. Hier, Pam! Werder Bremen schließt neuen lukrativen Vertrag mit Hauptsponsor ab. Mit Mathe. Dieser Vertrag ist jetzt bis 2029 gültig. Also wirklich sehr, sehr gut, würde ich mal sagen. Und der eigentlich bis 2026 gültige, wurde jetzt bis 2029 verlängert. Und man kann hier einmal einen Satz vorlesen. In Summe kassiert Werder durch den neuen Vertrag bis 2029, also zusätzlich 2 Millionen Euro durch den Vertragsabschluss. Hier können aber noch Sachen hinzukommen. Wenn man zum Beispiel Europa League erreichen würde, dann würden nochmal weitere Bonuszahlen dazukommen. Und vor allen Dingen beziehen wir uns hier aber auf eine Sache. Mathe und Werder, das funktioniert ja ganz gut. Man ist komplett auf einer Wellenlänge, auch von Mathe. Die Kommentare, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, wie die sich geäußert haben, sind hochzufrieden mit Werder. Werder ist hochzufrieden mit Mathe. Wir als Fans sind, glaube ich, alle auch hochzufrieden. Einfach nur mit diesem Mathe-Schriftzug auf dem Trikot. Das ist tausendmal besser als jahrelang Wiesenhof. Muss man einfach so sagen. Das ist meine persönliche Meinung. Können Leute auch anders sehen. Aber für mich persönlich, ich kann sehr, sehr viel besser mit diesem schlichten, stilvollen Mathe-Schriftzug leben, als dann mit dieser Wiesenhof-Mühle auf dem Trikot. Von daher freue ich mich da sehr. Vor allen Dingen, mehr Geld für Werder ist am Ende immer gut. Das muss man auch so sagen. Und wenn es dann eben auch noch ein regionaler Bauunternehmer ist, dann macht man da auf jeden Fall nichts verkehrt mit. So würde ich es zumindest mal betiteln, sage ich jetzt mal. Also weitere gute Nachrichten für Werder. Und dann gehen wir zum dritten Update des Tages, zum dritten News des Tages, zur dritten guten Nachricht. Denn Kriketopp, der hat auf jeden Fall auch mal ordentlich Eindruck gemacht im ersten Testspiel. Sehr, sehr engagiert. Extrem stark angelaufen. Auch Marco Friede hat danach gesagt, wie der schon auch beim Training so reinspringt. Er hat dann auch nochmal gesagt, dass es sehr, sehr unangenehm ist, als Verteidiger gegen ihn zu spielen. Das sind genau die Sachen, die ich von dem Spielertypus Mittelstürmer hören möchte. Finde ich richtig, richtig geil. Vielleicht ist Kriketopp auch wirklich viel mehr als nur dieser. Wird ja bei manchen Feindkreisen so ein bisschen als Kropnatski-Ersatz nur betitelt. Vielleicht ist er viel mehr als nur das. Und kann wirklich eben ein absoluter Zielspieler für uns in der kommenden Saison sein, der dann den Durchbruch schafft. Ich würde es ihm auf jeden Fall total gönnen. Würde mich da sehr, sehr drüber freuen, wenn Kriketopp das denn schaffen würde oder schaffen sollte, hier so zu punkten. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich muss auch sagen, dass mir gestern das sehr gut gefallen hat, dass er eben diese, trotz seiner Körperlichkeit, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber auch so seine Oberschenke, seine Beine, sind ja schon dicker. Ist natürlich alles durchkliniert bis zum Etik, ihr versteht schon, was ich meine. Aber dass er trotz dessen immer wieder diese Läufe anzieht. Also es gibt ja auch viele Mittelstümmer, die dann so sehr statisch wirken. Das war Kriketopp überhaupt nicht. Also er hat sich da immer wieder angeboten, hat vorne mit Tempo gemacht, hat seinen Körper mit reingedrückt, hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Gibt zum Beispiel auch Spielerkategorie, die dann so einen Körper haben, aber gar nicht wüssten, wie die ihn einsetzen sollen. Ich habe Kriketopp als sehr, sehr giftig wahrgenommen und das freut mich total, denn man muss ja sagen, sein Gesicht ist so ein bisschen dieses Bubi-Face, ohne das jetzt böse zu meinen, aber es ist ja so. Und dann aber so aufzutreten, macht erstmal Spaß. Und da muss ich auch sagen, ich habe gestern ein paar Nachrichten bekommen zum Testspiel und auch ein paar Kommentare gelesen. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Manche haben irgendwie, ja wie soll ich sagen, beurteilen da immer mit zweierlei Maß. Wenn man zum Beispiel einen Spieler lobt, wie jetzt Kriketopp oder auch Zalifu zum Beispiel, der ein ganz gutes Spiel gemacht hat, sagen die, ja das war gegen fünfligisten, die Oberligisten, da reicht trotzdem nicht für die Bundesliga und so weiter und so fort. Da muss ich ganz klar sagen, naja, also alle anderen auf dem Feld haben ja auch gegen diesen Fünftligisten gespielt. Und die Leute, die dann rausgestochen sind, die erwähnt man eben, dass die ein gutes Spiel gemacht haben. So, wir könnten auch genauso darüber reden, dass dann, nun mal so als Beispiel, also rein vom Dinger, Marco Friedl, der in der Rückrunde Wahnsinnsleistung gemacht hat, gegen den Fünftligisten teilweise relativ wackelig aussah, genauso wie in Anthony Jung oder auch von dem Mann, super laufbereit war, aber gegen den Fünftligisten es nicht geschafft hat, die Flanken dann anzubringen. So, ist aber Quatsch. So, ich finde es ist viel wichtiger, hier auch dann wirklich zu sagen, was hat funktioniert, wer ist dann positiv rausgestochen und du kannst ja dann nicht sagen, Kriketopp, ja das war nur gegen den Fünftligisten und dann aber im gleichen Atemzug bei Dux zum Beispiel sagen, ja, aber es war ja nur ein Testspiel, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn er nicht schlecht gespielt hat. Das finde ich nicht so ganz richtig. Ich finde schon, dass man absolut das auch loben sollte, wenn dann die Spieler ein gutes Spiel gemacht haben bei diesen Testspielen, weil das ist natürlich nicht aussagekräftig für die Bundesliga, aber es ist aussagekräftig, in welcher Form die sich gerade befinden und wie die eben auf sich aufmerksam machen. Und das ist ja auch eine Chance. Testspiele sind immer eine Chance, sich zu zeigen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auch in den nächsten Testspielen diese Eindrücke zu sehen. Genauso wie wenn jemand gar nicht funktioniert über drei, vier, fünf Spiele lang, also über drei, vier, fünf Testspiele lang, dann ist das auch auffällig und dann wird man das ja auch ansprechen. Und deswegen finde ich, ist das immer ganz wichtig und man sollte das dann weder runter noch hoch reden, sondern einfach ganz realistisch, ja, es war ein Fünftligisten und trotz dessen gegen diesen Fünftligisten ist zum Beispiel ein Kirke Top, ein Salifu oder auch ein Hansen, ein Isaac auffälliger gewesen als zum Beispiel dann eben ein, nehmen wir Marco Friede oder auch Marvin Dux oder auch weiß was ich will. So, versteht ihr, was ich meine? Darum geht es ja am Ende. Ja, bin mal sehr gespannt auf eure Meinung. Wir sehen uns heute Abend wieder um 18 Uhr. Ich freue mich sehr. Ich bin jetzt tatsächlich für meine Oma einkaufen, deswegen genießt die Sonne. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns dann heute Abend wieder. Ciao, ciao. Ciao.